Sieben Gedanken. Meine Pressemappe im digitalen Zeitalter. In den letzten Jahrzehnten hatte ich das Vergnügen, die Entwicklung der Presseunterlagen in meinen Fachbereichen Fotografie, Film und Grafikdesign aus nächster Nähe mitzuerleben und an vielen spannenden Projekten mitzuwirken. Interessanterweise ist die Grundstruktur der Presseunterlagen trotz des digitalen Wandels gleich geblieben. Klar, präzise und zielgerichtet zu vermitteln, bleibt unverändert, egal ob bei traditionellen Papierunterlagen oder modernen digitalen Pressemappen. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Präsentationsweisen im Laufe der Zeit an die digitalen Möglichkeiten angepasst haben, ohne die klassischen Formate zu verdrängen. Gedruckte Broschüren, Bildkataloge und Produktkataloge sind weiterhin unverzichtbare Instrumente der Pressearbeit. Parallel dazu haben sich digitale Formate wie interaktive PDFs, Videos und multimediale Präsentationen etabliert, die völlig neue Wege eröffnen, Inhalte ansprechend und zugänglich zu präsentieren. Besonders spannend ist, dass diese beiden Welten sich nicht ausschließen, sondern ideal ergänzen. Je nach Zielgruppe und Anlass lässt sich flexibel entscheiden, welche Medienform am besten passt. Diese Flexibilität gewährleistet, dass die Pressearbeit den aktuellen Anforderungen entspricht, indem sie das Beste aus Tradition und Innovation kombiniert. Entdecken Sie selbst, wie diese Verbindung in den folgenden Gedanken weiterentwickelt wird und welche neuen Möglichkeiten sich durch die Kombination von klassischen und digitalen Presseunterlagen bieten. Gedanke 1. Der Wert der Tradition in der modernen Pressearbeit. Die klassische Pressemappe steht für Professionalität, Struktur und Zuverlässigkeit. Diese traditionellen Werte haben auch im digitalen Zeitalter nichts an Bedeutung eingebüßt. Der Grundbau einer Pressemappe bleibt gleich. Sie soll klare Informationen vermitteln, gut strukturiert sein und das Vertrauen der Empfänger gewinnen. Struktur als Konstante. Der Aufbau einer Pressemappe hat sich über Jahrzehnte hinweg kaum verändert. Ob gedruckt oder digital, die Pressemappe bleibt ein geordnetes und zielgerichtetes Werkzeug zur Informationsvermittlung. Sie führt den Empfänger durch die wesentlichen Punkte und sorgt dafür, dass keine wichtigen Details übersehen werden. Präzision und Klarheit in der Kommunikation. In der heutigen Flut von Informationen ist es entscheidend, präzise und knapp zu kommunizieren. Eine gute Pressemappe konzentriert sich auf das Wesentliche und vermeidet unnötige Komplexität. Verlässlichkeit als Erfolgsfaktor. Auch in einer digitalisierten Welt bleibt die Zuverlässigkeit von Informationen ein entscheidender Aspekt. Eine Pressemappe muss immer aktuelle und gut recherchierte Inhalte bieten, da veraltete oder fehlerhafte Informationen das Vertrauen der Medien beschädigen können. Die Balance zwischen Tradition und Innovation. Obwohl die Struktur und die Kernwerte einer Pressemappe bestehen bleiben, haben sich die Medienformate stark verändert. Digitale Werkzeuge wie Videos, Hyperlinks und interaktive Elemente bieten neue Wege, um Informationen dynamisch zu präsentieren, ohne dabei die traditionellen Werte aufzugeben. Die traditionellen Stärken einer Pressemappe, Struktur, Präzision und Verlässlichkeit bleiben auch im digitalen Zeitalter von unschätzbarem Wert. Doch die Pressearbeit ist dynamischer geworden. Interaktive Inhalte und digitale Werkzeuge ergänzen die klassischen Ansätze, ohne diese zu ersetzen. Wer in der Lage ist, diese beiden Welten geschickt zu kombinieren, wird die Pressearbeit flexibel und erfolgreich gestalten. Eine digitale Pressemappe sollte weit mehr sein als nur die digitale Version einer gedruckten Pressemappe. Sie bietet die Möglichkeit, durch den Einsatz von multimedialen und interaktiven Inhalten ein lebendiges und dynamisches Erlebnis zu schaffen. Dabei geht es darum, die Stärken des digitalen Formats voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Klarheit und Struktur einer klassischen Pressemappe zu bewahren. Interaktive Inhalte für ein dynamisches Erlebnis Eine gut gestaltete digitale Pressemappe macht die Inhalte interaktiv und zugänglich. Mit Videos, interaktiven Grafiken und Hyperlinks wird die Pressemappe nicht nur informativer, sondern bietet dem Leser die Möglichkeit, tiefer in das Thema einzutauchen und gezielt die Inhalte zu erkunden, die für ihn am relevantesten sind. Die Flexibilität des digitalen Formats erlaubt es, Informationen auf verschiedene Arten zu präsentieren, ohne den Leser zu überfordern. Beispiel Ein Technologieunternehmen veröffentlicht eine Pressemappe für die Einführung eines neuen Geräts. Anstatt nur technische Daten bereitzustellen, enthält die Pressemappe Videos, die das Gerät in Aktion zeigen, sowie eine interaktive Grafik, die es dem Leser ermöglicht, die verschiedenen Funktionsmerkmale des Produkts genauer zu erkunden. Diese dynamische Präsentation hält den Leser länger bei der Pressemappe und schafft eine tiefere Verbindung zum Produkt. Mehrwert durch Verlinkungen zu weiterführenden Inhalten Eine digitale Pressemappe kann durch die Integration von Hyperlinks zu externen Quellen erweitert werden. Dies bietet die Möglichkeit, den Lesern zusätzliche Informationen bereitzustellen, ohne die Pressemappe selbst mit zu vielen Details zu überladen. So lassen sich gezielt Produktseiten, Forschungsberichte oder Social-Media-Inhalte einbinden, die dem Leser einen tiefergehenden Einblick in die Themen bieten. Ein Pharmaunternehmen stellt eine neue Behandlungsmethode vor. In der Pressemappe sind nicht nur die Ergebnisse klinischer Studien zusammengefasst, sondern auch Links zu wissenschaftlichen Artikeln, die weiterführende Informationen zu den Forschungsgrundlagen bieten. Ein zusätzlicher Link führt zu einem Interview mit einem der leitenden Wissenschaftler, das auf YouTube abrufbar ist. Diese Verknüpfung verschiedener Medien erlaubt es Journalisten, tiefer in die Materie einzusteigen, ohne dass die Pressemappe überfrachtet wirkt. Vorteile von Videos und visuellen Elementen Videos sind ein effektives Mittel, um Inhalte schnell und emotional zu transportieren. Sie können komplexe Themen vereinfachen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Lesers stärker fesseln als reiner Text. Besonders bei der Vorstellung neuer Produkte oder Dienstleistungen können Videos eine Schlüsselrolle spielen, um die Funktionalität und Anwendung auf anschauliche Weise zu demonstrieren. Beispiel Ein Modeunternehmen bereitet eine Pressemappe für die Vorstellung seiner neuen Kollektion vor. Anstatt nur Fotos der Kleidungsstücke zu zeigen, enthält die Pressemappe ein kurzes Video, das die Kollektion bei einer Modenschau in Bewegung zeigt. Diese dynamische Präsentation ermöglicht es Journalisten und Bloggern, die Kollektion besser zu verstehen und das Design sowie die Stoffe in Aktion zu sehen, was durch statische Bilder allein nicht möglich wäre. Die Rolle von Multimedia bei der Informationsvermittlung Multimedia ist nicht nur ein visuelles Extra, sondern kann dabei helfen, komplexe Informationen verständlicher zu machen. Interaktive Infografiken, Diagramme oder Animationen können verwendet werden, um Daten und Fakten auf eine Weise darzustellen, die den Leser aktiv in den Prozess der Informationsaufnahme einbindet. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen klar verstanden und weiterverbreitet werden. Eine digitale Pressemappe sollte weit mehr sein als nur eine PDF-Version einer gedruckten Pressemappe. Sie bietet die Möglichkeit, Inhalte dynamisch, multimedial und interaktiv zu präsentieren und so dem Leser eine tiefere und ansprechendere Erfahrung zu bieten. Durch die Verknüpfung mit externen Inhalten und die Nutzung von visuellen Werkzeugen kann die digitale Pressemappe nicht nur informieren, sondern auch begeistern und zum weiteren Erkunden anregen. Gedanke 3 Integration und Vernetzung in digitalen Pressemappen Die Möglichkeiten der digitalen Welt erlauben es, dass Pressemappen nicht mehr isoliert stehen, sondern Teil eines größeren Netzwerks werden. Durch die Integration von interaktiven Elementen und Vernetzungen können digitale Pressemappen zu einem Portal werden, das weiterführende Pfade zu vertieften Informationen bietet. Erweiterte Zugänglichkeit durch Links und Netzwerke Durch das Einbetten von Hyperlinks innerhalb der digitalen Pressemappe können Leser direkt zu weiterführenden Artikeln, Datenbanken oder sogar Diskussionsforen geleitet werden. Diese Form der direkten Vernetzung erhöht nicht nur die Zugänglichkeit, sondern auch die Interaktivität der Inhalte, was die Engagementrate signifikant steigern kann. Beispiel Eine Umweltorganisation veröffentlicht eine Pressemappe zu einem neuen Nachhaltigkeitsbericht. Innerhalb der Pressemappe befinden sich Links zu wissenschaftlichen Studien, interaktiven Klimakarten und Interviews mit Experten. Diese vernetzte Struktur ermöglicht es Lesern, ein umfassendes Verständnis des Themas zu entwickeln und eigene Recherchen anzustoßen. Nahtlose Integration sozialer Medien Die Einbindung von Social Media Feeds direkt in die digitale Pressemappe ermöglicht es Unternehmen und Organisationen in Echtzeit zu kommunizieren. Aktuelle Tweets, Facebook-Posts oder Instagram-Stories können eingebettet werden, um die Diskussionen rund um die veröffentlichten Inhalte zu bereichern und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Beispiel Ein Start-up im Technologiebereich nutzt seine digitale Pressemappe, um die neuesten Updates über Produktentwicklungen oder Ereignisse via Twitter-Feed zu teilen. Dies hält die Zielgruppen informiert und fördert gleichzeitig die Interaktion auf der Plattform. Automatisierte Updates und dynamische Inhalte Moderne digitale Pressemappen können so gestaltet werden, dass sie automatisch aktualisierte Inhalte anzeigen. Dies kann durch eingebettete White-Gets oder APIs erreicht werden, die Echtzeitinformationen wie Börsenkurse, Wetterdaten oder Nachrichtenfeeds integrieren. Beispiel Ein Finanzdienstleister bietet in seiner digitalen Pressemappe ein White-Get, das die aktuellen Börsenkurse seiner Hauptinvestitionen anzeigt. Dies bietet Investoren die Möglichkeit, die Marktdynamik zu verfolgen und ihre Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Daten zu treffen. Die digitale Pressemappe hat sich von einem statischen Dokument zu einem interaktiven und vernetzten Erlebnis entwickelt. Ihre Fähigkeit, Leser mit einer Vielzahl von Ressourcen zu verbinden, macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Kommunikationslandschaft. Durch die fortlaufende Integration neuer Technologien und Plattformen wird die digitale Pressemappe weiterhin eine zentrale Rolle in der strategischen Kommunikation spielen. Gedanke 4 Benutzerfreundlichkeit und Design in digitalen Pressemappen Die Gestaltung digitaler Pressemappen spielt eine entscheidende Rolle bei der Effektivität der Informationsvermittlung. Ein intuitives Design, das sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist, sorgt dafür, dass die Inhalte nicht nur zugänglich, sondern auch ansprechend für den Benutzer sind. Benutzerfreundlichkeit als oberste Priorität. Digitale Pressemappen sollten so gestaltet sein, dass sie leicht navigierbar sind. Eine klare Strukturierung, schnelle Ladezeiten und einfache Interaktionsmöglichkeiten sind essentiell, um die Benutzererfahrung zu optimieren und sicherzustellen, dass die Inhalte effektiv kommuniziert werden. Beispiel Bei der Entwicklung einer digitalen Pressemappe für ein großes Sport-Event achtet das Design-Team besonders darauf, dass Benutzer schnell die neuesten Ergebnisse, Spielerstatistiken und Highlights finden können. Ein benutzerfreundliches Layout, das auch auf Mobilgeräten hervorragend funktioniert, macht die Informationen für jeden zugänglich und einfach zu nutzen. In der heutigen digitalen Welt ist es unerlässlich, dass Pressemappen auf einer Vielzahl von Geräten gut aussehen und funktionieren. Responsives Design stellt sicher, dass die Pressemappe auf Desktop-Computern, Tablets und Smartphones gleichermaßen gut aussieht, und funktioniert. Beispiel Ein Modeunternehmen präsentiert seine neue Kollektion über eine digitale Pressemappe, die auf verschiedenen Geräten perfekt dargestellt wird. Von großen Bildschirmen bis hin zu Smartphones, die dynamische Anpassung des Layouts sorgt dafür, dass Bilder und Texte immer optimal präsentiert werden. Integration von Multimedia-Elementen Die Integration von Videos, Bildergalerien und interaktiven Grafiken kann dazu beitragen, die Botschaft lebendiger und eingängiger zu machen. Diese Elemente sollten jedoch so integriert werden, dass sie die Benutzerfreundlichkeit nicht beeinträchtigen. Beispiel Eine Kunstgalerie verwendet in ihrer digitalen Pressemappe Videos von Künstlerinterviews und interaktive Grafiken, die die Techniken hinter den Kunstwerken erklären. Diese Multimedia-Elemente sind so eingebettet, dass sie das Interesse der Betrachter wecken, ohne die übrige Navigation zu stören. Eine gut gestaltete digitale Pressemappe ist mehr als nur ein Informationsmedium. Sie ist ein Schlüsselwerkzeug für effektive Kommunikation. Durch die Kombination von Benutzerfreundlichkeit, responsivem Design und sorgfältig integrierten Multimedia-Elementen wird sie zu einem mächtigen Instrument, das die Reichweite und das Engagement deutlich erhöhen kann. Gedanke 5 Sicherheit und Datenschutz in digitalen Pressemappen In einer Zeit, in der Datensicherheit und Datenschutz von größter Bedeutung sind, muss besondere Aufmerksamkeit auf die Sicherheitsaspekte digitaler Pressemappen gelegt werden. Es ist entscheidend, dass vertrauliche Informationen geschützt und nur den richtigen Zielgruppen zugänglich gemacht werden. Verschlüsselung und sichere Datenübertragung Digitale Pressemappen sollten durch starke Verschlüsselungstechnologien geschützt sein, um die Sicherheit der übertragenen Daten zu gewährleisten. Dies schützt vor unautorisiertem Zugriff und gewährleistet, dass nur berechtigte Personen Zugang zu sensiblen Informationen haben. Beispiel Ein Finanzunternehmen implementiert End-to-End-Verschlüsselung für seine digitalen Pressemappen, die über finanzielle Ergebnisse berichten. Dies stellt sicher, dass die Informationen während der Übertragung und im Ruhezustand vor externen Bedrohungen geschützt sind. Zugriffskontrolle und Authentifizierungsprotokolle Effektive Zugriffskontrollsysteme sind entscheidend, um zu steuern, wer Zugriff auf die digitale Pressemappe hat. Authentifizierungsprotokolle wie Zwei-Faktor-Authentifizierung können zusätzliche Sicherheitsebenen hinzufügen. Beispiel Ein Pharmazieunternehmen verwendet Authentifizierungsverfahren, um sicherzustellen, dass nur geprüfte Gesundheitsfachkräfte und Journalisten Zugang zu neuen klinischen Studienergebnissen erhalten. Datenschutzkonformität Digitale Pressemappen müssen nicht nur sicher, sondern auch konform mit internationalen Datenschutzgesetzen wie der GDPR sein. Dies beinhaltet die sichere Handhabung personenbezogener Daten und die Einhaltung der Bestimmungen zur Datenverarbeitung. Beispiel Ein internationales Technologieunternehmen stellt sicher, dass seine digitalen Pressemappen GDPR-konform sind, indem es nur die notwendigen personenbezogenen Daten erhebt und die Einwilligung der Nutzer vor der Datenspeicherung und Verarbeitung einholt. Die Sicherheit und der Datenschutz von digitalen Pressemappen sind fundamentale Aspekte, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Durch die Implementierung fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen und die Beachtung gesetzlicher Datenschutzbestimmungen können Organisationen das Vertrauen ihrer Geschäftspartner stärken und die Integrität ihrer Kommunikation sichern. Gedanke 6 Messbarkeit und Analyse in digitalen Pressemappen Die digitale Transformation der Pressemappe bietet nicht nur verbesserte Präsentationsmöglichkeiten, sondern auch erweiterte Analysefunktionen. Die Fähigkeit, die Nutzung und das Engagement detailliert zu messen, ermöglicht es Kommunikationsfachleuten, die Effektivität ihrer Inhalte präzise zu bewerten und anzupassen. Detaillierte Nutzungsstatistiken Digitale Pressemappen bieten die Möglichkeit, detaillierte Statistiken zur Nutzung zu erfassen, wie etwa die Anzahl der Aufrufe, Verweildauer auf einzelnen Seiten und Interaktionsraten. Diese Daten sind entscheidend, um zu verstehen, welche Inhalte am besten funktionieren und welche Bereiche verbessert werden müssen. Beispiel Ein Automobilhersteller analysiert die Nutzungsdaten seiner digitalen Pressemappe nach der Vorstellung eines neuen Modells. Die Daten zeigen, dass Videos zum Sicherheitssystem des Fahrzeugs die höchste Engagementrate haben, was darauf hinweist, dass Sicherheit ein Schlüsselfaktor für das Publikum ist. Anpassung basierend auf Echtzeit-Feedback Die sofortige Verfügbarkeit von Feedback um komplexe Informationen verständlich zu machen. Die Pressemappe wird umgehend aktualisiert, um diese Anforderungen zu erfüllen. Integration von Feedback-Tools Um eine direkte Rückmeldung von den Nutzern zu erhalten, können digitale Pressemappen mit Feedback-Tools wie Umfragen oder Kommentarfunktionen ausgestattet werden. Dies nicht nur fördert die Interaktion, sondern liefert auch wertvolle Einsichten direkt von der Zielgruppe. Beispiel Ein Gesundheitsdienstleister integriert ein Feedback-Tool in seine digitale Pressemappe, das es den Lesern ermöglicht, Fragen zu stellen oder Kommentare zu hinterlassen. Dies hilft, ein direktes Verständnis für die Bedürfnisse und Fragen der Leser zu entwickeln. Die Messbarkeit und Analysefähigkeiten digitaler Pressemappen sind ein wesentliches Tool für die moderne Kommunikationsstrategie. Sie ermöglichen nicht nur ein besseres Verständnis der Zielgruppe, sondern auch die kontinuierliche Optimierung der bereitgestellten Inhalte, um maximale Wirkung und Engagement zu erzielen. Gedanke 7 Zukunftsorientierung und kontinuierliche Entwicklung digitaler Pressemappen Die Welt der digitalen Kommunikation entwickelt sich ständig weiter und mit ihr müssen auch die digitalen Pressemappen kontinuierlich angepasst und verbessert werden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es wichtig, dass Unternehmen und Organisationen zukunftsorientiert denken und neue Technologien und Trends in ihre digitalen Pressemappen integrieren. Innovative Technologien einbinden Der Einsatz von neuesten Technologien wie Künstliche Intelligenz, KI, Augmented Reality R und Virtual Reality VR kann digitale Pressemappen revolutionieren. Diese Technologien ermöglichen es, Inhalte auf eine völlig neue und interaktive Weise zu präsentieren, die das Benutzererlebnis erheblich bereichert. Beispiel Ein Immobilienunternehmen verwendet RR in seiner digitalen Pressemappe, um potenziellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Immobilien virtuell zu besichtigen und sich so ein realistischeres Bild von den Objekten zu machen. Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit Digitale Pressemappen müssen flexibel und skalierbar sein, um mit den sich ändernden Anforderungen der Medienlandschaft Schritt zu halten. Dies bedeutet, dass sie leicht aktualisiert und erweitert werden können, um neue Inhalte und Funktionen aufzunehmen. Beispiel Ein Softwareunternehmen plant regelmäßige Updates für seine digitale Pressemappe, um die neuesten Produktversionen und Unternehmensnachrichten zu integrieren, ohne dass eine vollständige Neugestaltung notwendig ist. Nachhaltigkeit und Langzeitstrategien Es ist entscheidend, dass digitale Pressemappen nicht nur kurzfristige Lösungen bieten, sondern Teil einer langfristigen strategischen Planung sind. Nachhaltige Ansätze in der digitalen Kommunikation gewährleisten, dass Ressourcen effizient genutzt und langfristige Ziele unterstützt werden. Beispiel Ein Umweltschutzverband nutzt seine digitale Pressemappe, um langfristige Kampagnen zu unterstützen, indem er regelmäßig aktualisierte Daten und Erfolgsgeschichten zur Verfügung stellt, die die Fortschritte in der Umweltschutzarbeit zeigen. Digitale Pressemappen sind mehr als nur ein Mittel zur Informationsverbreitung. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Kommunikation in einer sich schnell entwickelnden Welt. Durch die fortlaufende Integration von Innovationen und die Anpassung an neue Technologien und Nutzererwartungen können sie eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Kommunikation spielen. Schlusswort Tradition und Moderne im Einklang Diese sieben Gedanken verdeutlichen, wie die traditionelle Pressemappe durch digitale Werkzeuge nicht nur erweitert, sondern auch entscheidend verbessert werden kann, ohne dabei ihren ursprünglichen Wert zu verlieren. Die bewährten Prinzipien wie Struktur, Präzision und Verlässlichkeit bleiben das Fundament erfolgreicher Pressearbeit. Doch die Anforderungen an Kommunikation haben sich verändert. Um heute wirkungsvoll zu agieren, müssen Unternehmen flexibel, interaktiv und multimedial auftreten. Die digitale Transformation eröffnet unzählige neue Möglichkeiten, Botschaften zielgerichtet und effizient zu verbreiten. Eine moderne Pressemappe, die Videos, interaktive Grafiken und Analyse-Tools integriert, schafft eine lebendige und nachhaltige Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen. Dennoch sollte die Technologie niemals allein im Vordergrund stehen. Ohne die Kernwerte der klassischen Pressearbeit verlieren auch die innovativsten Tools an Wirkung. Die solide Grundlage der traditionellen Kommunikation ist das Gerüst, auf dem moderne, digitale Elemente aufbauen müssen. Es ist entscheidend, den Wandel zu nutzen, um neue Wege zu gehen, ohne die Grundprinzipien der klaren, verlässlichen und strukturierten Pressearbeit zu vernachlässigen. Unternehmen, die es schaffen, die Balance zwischen Tradition und Innovation zu finden, können den Anforderungen einer sich stetig wandelnden Medienlandschaft gerecht werden und sich langfristig behaupten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.